Eine kurze Erläuterung zu unseren Videos mit einer Draggy Messung der verschiedenen Fahrzeuge. Diese Messungen werden immer an gleicher Stelle gemacht, auf dem gleichen Streckenabschnitt mit gleichem Fahrer und unter, wenn möglich, gleichen Bedingungen, sprich Kleidung, Sitzhaltung, Witterungsbedingungen. Dies dient dazu, dass Sie alle unsere Draggy Messungen miteinander vergleichen können. Selbstverständlich ist die Möglichkeit, dass hier auf Ihrem Streckenabschnitt unter anderen Witterungsbedingungen, Fahrerhaltung, Bekleidung etc. Sie eine bessere Fahrleistung erzielen als in unseren Videos. Bei der nachfolgenden Draggy Messung des Downtown 350i ABS TCS Euro 5 zeigte der Taro bei Höchstgeschwindigkeit 148 kmh an bei knapp 8000 Umdrehungen. Die tatsächlich gemessene Endgeschwindigkeit sehen Sie in der Draggy Messung. Die Taro bei Höchstgeschwindigkeit 148 kmh an bei knapp 8000 Umdrehungen. der Taro bei knapp 8000 Umdrehungen SZLINF bildeträgen. Sie sich jetzt allerdings in Francisco bei Bedingung. Wenn Sie schon ladeniausvert biomedical Daten finden, Som nach 1923 bis 258, 408 kmh an bei knapp 8000 Umdrehungen, Die Taro bei Causher von Stω slim Anna und Wasser Untertitelung des ZDF für funk, 2017